Hi, ich bin der Leon und das ist ein 190E. Die Grundidee des Fahrzeugs kam circa vor acht Jahren. Ich wollte immer so ein Fahrzeug besitzen, habe das mal in der Zeitschrift gesehen, aber original natürlich nicht erreichbar gewesen, da die Preise in den letzten Jahren wirklich explodiert sind. Und ja, dann durch einen Zufall damals in der Zeitschrift das Fahrzeug gesehen, stand ziemlich in der Nähe, mit meinem Vater angucken gefahren, gekauft und angefangen umzubauen und jetzt ist er so, wie er ist. Aktuell fahre ich BBS Motorsport Felgen in 9x18 und in 10x18. Ein H&R Gewindefahrwerk und das Evo2 Bodykit. In sechs Jahren ist natürlich viel passiert am Fahrzeug, es wurde komplett auseinandergebaut, es wurde der ganze Rost beseitigt, Sachen, die man beim Kauf nicht sehen konnte, die man dann erst im Nachhinein beim Auseinanderbauen gesehen hat, wurden beseitigt. Und das Fahrzeug ist eigentlich komplett restauriert, wird einmal neu lackiert und dann wieder zusammengebaut. Und dann, nach dem gewissen Zeitraum, steht er jetzt so, wie er ist. Und ja. Und dann, nach dem zu. Und dann, nach dem zu. Und dann, nach dem zu. Bis zum nächsten Mal.